Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cats hier auf meinem Kanal, wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute habe ich gleich zu Beginn eine Frage an euch, die ich in den letzten Videos eigentlich schon öfter gestellt habe, aber ich habe so das Gefühl, dass da viele von euch schon abgeschaltet haben, deswegen waren da nicht so viele Kommentare. Ja Leute, meine Frage an euch ist, ich suche momentan ein neues Spiel, was ich hier regelmäßig bringen kann. Was ist da denn euer Vorschlag für mich? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Ich habe in der letzten Zeit schon sehr, sehr viele Spiele ausprobiert, aber ja, da war nichts richtig dabei, was mir wirklich längerfristig Spaß gemacht hat. Aber ja, ihr wisst ja, ich stehe auf Abwechslung und auf neue Sachen, deswegen bitte sofort in die Kommentare hier schreiben, was euch so am Spiel momentan gefällt, was ihr mir empfehlen könnt. Aber bitte ein Mobile Game Leute, es sollte wirklich für das Smartphone sein. Und ja, so, jetzt geht das Video aber los Leute. Wir sind ja im letzten Video aufgestiegen, zwar nicht direkt, aber wir sind aufgestiegen. Und das machen wir auch wieder heute, denn ihr seht schon, hier können wir gleich mal aufsteigen, Leute. Wir sind auf Platz 2 gelandet in der letzten Meisterschaft, das heißt, wir steigen hier auf, bekommen eine ultimative Kiste, bekommen eine Superkiste, was will man mehr. Und wir sind bald bei den Militärteilen. Und nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einen Daumen nach unten, kommt darauf an, ob es euch gefällt oder nicht. So Leute, die Superkiste, da sind gar nicht mal so schlechte Sachen drinnen. Naja, okay, es gab schon mal bessere, wenn da vielleicht noch irgendwas, nein, nein, nein. So, wir sind ja auch gestern in die ultimative Liga gestartet. Wow, der Corsair, der sieht ja nice aus, Leute. Und da ist es ja eigentlich sehr, 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 sehr gut verlaufen. Und vielleicht können wir diesen Streak heute fortsetzen, denn es dauert ja noch einen Tag und zwei Stunden, bis die Liga hier endet. Und ja, momentan bin ich wieder auf Platz 23, aber da können wir uns gleich mal wieder nach oben hauen. Wir müssten ja nur 1660 Medaillen uns holen. Und das war ja letztens mal nicht schwierig, dass wir da wirklich 600 nach einem Dings uns geholt haben. Und jetzt muss ich kurz schauen, ob ich hier ja, ob ich hier das nicht störend eingeschaltet habe. Es ist mir schon wirklich oft passiert, dass hier, ja, so, dass die Nachrichten mehr nicht erst reingekommen sind, die ich dann rausschneiden musste. Der sieht eigentlich, ah, wieso? Ah, come on. Wieso trifft in letzter Zeit einfach meine Habune nicht mehr? Das ist wirklich so schrecklich. Ah, und bei dem weiß ich nicht, denn, ja, er hat den Heber, er hat den Heber. Aber wir gewinnen hier, Leute. Und somit können wir unseren Killstreak hier fortsetzen. So, wir bekommen ihn schon 200. Den sollten wir auch schaffen, denn ich meine, er ist das gleiche wie ich, mehr oder weniger. Und er hat um einiges, um einiges weniger Leben. Der ist deswegen easy. Und der sollte eigentlich auch easy funktionieren. So, außer, ja, nein, er funktioniert. Es funktioniert natürlich, Leute. Somit haben wir schon 420 hier. Aber ich glaube, hier ist es dann auch für uns zu Ende. Wir können noch einmal hier auswechseln. Und, ach, ich traue mich fast nicht. Ich traue mich fast wirklich nicht. Komm, wir haben hier mehr Leben. Deswegen sollten wir es eigentlich schaffen, Leute. Ja, und wir schaffen es auch. Nice. So, 560 Potenzial. Ja, normalerweise sollten wir es auch gegen den noch schaffen. Komm, ja, machen wir. So. Oh, 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 oh. Ja, auch gegen ihn gewinnen wir. Und somit haben wir 720 Potenzial. Ah, so. Ja, normalerweise sollten wir es auch gegen den schaffen, Leute. Normalerweise schon. Denn er hat viel weniger Leben als ich. Und wir schaffen es wirklich. Wow, 900. 900. Aber jetzt ist es vorbei. Komm, sollen wir nochmal, komm, wir wechseln nochmal aus. Ah, es wird nicht besser. So, deswegen beenden wir es mit 900 Potenzial. Wow, jetzt haben wir 1500 Metallien. Und sind somit auf dem 10. Platz. Wir sind 13 Plätze aufgestiegen. Und wir könnten eigentlich easy unter die Top 8 kommen. Wow. Und das wäre jetzt mit, ich habe jetzt, naja, 20 Juwelen habe ich wirklich verbraucht. Aber ich hätte auch anders so 600 geschafft. Das ist ja mega genial jetzt. Aber na gut, Leute. Wir schauen natürlich hier in die Meisterschaft, ob hier schon genügend Spieler drin sind. Nein. Aber wir werden hier gleich mal ganz frech hier die Sponsorenkiste eröffnen. Um zu sehen, was wir da drinnen haben. Ich bin hier bei den Sponsorenkisten immer ganz gespannt auf die, ja, auf die Werkzeuge. Aber Energiewerkzeug nicht so toll. Liga-Ticket bekommen wir zwei. Deswegen habe ich vorhin schon welche verbraucht. Denn ihr wisst ja, in letzter Zeit habe ich viele Liga-Tickets verbrannt. Obwohl ich das auch nicht oft wollte. Wow. Ach, komm. Ich meine, was sollen wir verlieren? Wir können eigentlich nichts verlieren. Ja, das war klar, dass wir verlieren. 5.500, aber ich meine, ja, im ersten Kampf ist mir ziemlich egal, ob ich den gewinne oder nicht. Was macht er eigentlich in seiner Angst? Das Backhand geht nicht mal hoch. Somit können wir ihn easy zerstören. Und ja, und noch mit der Reminder, Leute. Also die Erinnerung an euch. Nicht vergessen, den Daumen hier nach oben und nach unten zu geben. Denn der YouTube-Algorithmus ändert sich wieder mal. Und ja, was früher die Watch dann war, sind wohl jetzt die Kommentare und die... Ja. Sind wohl jetzt die Kommentare und die Daumen nach oben. Und falls ihr diesen Kanal wirklich cool findet und unterstützen wollt, dann ja, nicht vergessen. So, Leute. Ja, gegen den sollten wir gewinnen. Boah, wir haben jetzt... Wie? So knapp. So knapp war das. Das war ärgerlich, Leute. Das war richtig ärgerlich. Und ich weiß nicht, ob wir gegen ihn gewinnen können für... Ja, komm. Ich meine, was sollen wir schon verlieren? Ja, wir gewinnen. Yes. Grockenberger. Okay, 60 Potenzial. Ja, das beenden wir. Was ist jetzt los? So, wir haben jetzt nur noch ein Ticket. Ich möchte schon unter die Top... Unter die Top 8 in diesem Video jetzt kommen. Ja, morgen dann noch etwas fighten. Und dann sollten wir es eigentlich schaffen, dass wir endlich einen Aufstieg hier haben. Und gegen den gewinnen wir nicht. Gegen den haben wir schon gespielt. Deswegen raus mit uns. So, wir haben null Tickets. Deswegen holen wir uns gleich hier noch Tickets. Normalerweise sollte in jedem eines drin sein. Okay, nicht immer normalerweise. Aber oft. Oh, ein Angriffswerkzeug. Dafür war ein Angriffswerkzeug. Auch nicht schlecht. Bonuskiste wird auch geöffnet. Und der Schleicher... Sieht eigentlich ganz schnick aus. So, normale Kiste. So, jetzt bekommen wir wieder ein Liga-Ticket. Aber hier habe ich halt doch zwei von den Dingen. Wie viel Leben hat der Schleicher? Wie viel Leben hat der Schleicher? Wie viel Leben hat der Schleicher? 830. Okay. Hm. Aber ich hätte ja dieses Angriffswerkzeug. Komm, wir spielen hier mal ein Gangcamp. Vielleicht bekommen wir ja... Vielleicht bekommen wir ja bessere... Eine bessere Klinge. Weil ich will jetzt wirklich nicht meine... Meine... Dings verbrauchen, Leute. Ihr wisst ja. Nicht meine Angriffswerkzeuge. Denn wir sind ja schon bei Metallteile Stufe 5. Deswegen müssen wir da aufpassen. Wir können hier sehr, sehr leicht eigentlich eine bessere Klinge bekommen. Deswegen schauen wir da mal. Wir gewinnen ja die ersten paar Gangcampe sowieso easy. Und da kann schon zum Beispiel eine 3- oder 4-Sterne-Klinge drinnen sein. So ein Diamant und eine Schrotflinte. Nicht in dieser Kiste. Dann geht es gleich weiter, hätte ich gesagt. Hier. Mit ihm gegen den Wig. Zerstören wir natürlich. So. Der ist auch kein Problem. Easy. Und dieser Wagen sollte von ihm auch kein Problem sein. Besonders, weil wir ja eigentlich die 360 Grad Schaden machen. Und wir berühren ihn jetzt wirklich noch. Und somit haben wir auch da gewonnen. So. Was geht hier so ab? Stufe 2 Kiste. Oh, ein Rückstoßer. Und eine Minigun. Ach, come on. Ich will da was ordentliches. Geht das auch noch mit einem Fahrzeug? Es wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Aber der Giri lasst mich hier nicht gewinnen. Wow. Okay. Eskalier. Ja. Schade, Leute. Na gut. Wir hauen das Angriffswerkzeug jetzt gleich mal auf das Teil dann drauf. Wenn es nicht anders geht. Ja, plus 107. Natürlich nice, 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 nice. So. Verkaufen sollten wir natürlich auch was. Ähm. Oh. Das wäre eigentlich eine 3 Sterne gewesen. Aber egal. Hm. Das könnten wir. Das könnten wir 180. Ne, schaffen wir nicht. Hm. So. Ja, das wollte ich ja upgraden. Das wollte ich upgraden. Das noch. Ja, plus 7. Ha, ha, ha. Wieso gebe ich mir eigentlich die Mühe dafür? Ich habe mich zweimal... Oh, der ersten Stufe... Da ist ein Stufe 20... Also ein Prestige 20 Typ da. Prestige 20, Leute. Das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich fett. Unglaublich. Unglaublich. So, 26 Stunden geht die Meisterschaft noch. Da haben wir eigentlich noch Zeit. Und Ligaticket haben wir eigentlich ja. Eines haben wir bekommen. Ich will uns auf die Top 8. Komm, gegen den gewinnen wir. Gegen den gewinnen wir, Leute. Der braucht da viel Zeit, dass er uns hier zerstören kann. Ja, da ist er weg. Potenzial 20. Gegen den sollten wir es auch normalerweise easy schaffen. Und es geht mir irgendwie nicht ein, wie so mein Herr Bohnen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal mein Vorderrad ausgewechselt. Seitdem funktioniert das nicht so. So, und ich glaube, der muss... Oh, wenn der jetzt nicht... Wenn der jetzt nicht da draufgegangen wäre, dann wäre es schlimm für uns geendet. So, aber jetzt müssen wir aufpassen. Denn wenn wir hier ja ein paar nur haben, sind wir nur in den Top 8. So, gegen den sollten wir es auch schaffen. Alles. Ja. War es eigentlich der gleiche? Schau nie auf die Namen, aber das Fahrzeug war ziemlich das gleiche. So. Schaffen wir den? Das ist die Frage. Soll ich das wirklich riski... Ach, komm, ich riskiere es. Ha, es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Wow. Easy. So, 420 und das lassen wir jetzt. Wir beenden das und somit sind wir auf Platz 5 mit 2000. Und ja, die Gegner brauchen zwar nur 120 auf uns, aber ja. Es ist nicht so schlecht, Leute. Wir stehen momentan nicht so schlecht. Und das sind alles Prestige 1. Sie hat gar keinen Prestige. Wo haben die die Teile her, dass die so hoch oben sind? Na gut. Ich bin eigentlich zufrieden, dass ich jetzt mal unter den Top 5 bin. Und somit kann es von mir auch weitergehen. Die Skillpunkte. Keine Ahnung, was ich mit den Teilen noch mache. Keinen Plan, Leute. Keinen Plan. Aber na gut. Ich würde sagen, das war es. Das war es mit dieser Folge. Das war sehr, sehr gut. Wir haben sehr, sehr viele Kisten hier gefarmt, Leute. Und ja, hier haben wir uns auch einmal verteidigt. Es sind leider noch zu wenig da, vielleicht um einen direkten Aufstieg zu probieren. Aber ich glaube, mein Fahrzeug langt nicht mehr für einen direkten Aufstieg. Ihr seht schon, ich bin schon zwei Stufen damit aufgestiegen. Immer auf Rang 2. Und ich glaube nicht, dass es hier wirklich für einen direkten Aufstieg hier noch ausreichen könnte. Deswegen lassen wir das auch gleich mal. Denn ja, bis die zwei Spieler da sind, könnten noch Tage vergehen. Nein, Tage nicht. Aber Stunden, Leute. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, Bewertungen nicht vergessen, was ihr euch immer hier geben wollt. Und auch nicht vergessen, ein paar Kommentare zu schreiben, was ich euch am Anfang ja schon gefragt habe. Und falls du neuer bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und das war es dann eigentlich schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt dann einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, macht's gut und haut rein. Ciao.